Wir sind jetzt hier im Liquidrom und wir sind jetzt gleich dabei, die erste Szene aufzunehmen für das Musikvideo Sucht. Mega! Wassertemperatur von 14, 15 Grad klappt. Meine Beine sind komplett steif. Ich habe mir Thermo-Unterräsche gekauft für den Tag. Du machst die Augen auf und siehst sie direkt. Hallo! Hallo! Na? Bist du gut angekommen? Ja. Wie gefällt es dich denn in Gabriels Neuer Wohnung? Finde ich sehr gut. Frisch! Frisch! Kamera läuft. Und bitte! Also wir nehmen jetzt eine Szene auf mit Jurene, das ist eine gute Freundin von mir. Und genau, die spielt mit einer Puppe, die sie auch selbst gemacht hat. Ich befestige jetzt den Rock so ein bisschen, weil der Sinn der Sache ist, dass der dann nicht verrutscht. Nimm nicht bei mir der Typ, der Angst hat, der diesen Rattenschwanz fest umklammert. Drama auch irgendwie mag auf eine ziemlich abgefuckte Art. Denn wir reisen schon viel länger als geplant. Tag für Tag halte ich meine Zukunft in der Hand und schreibt mich. Und wie ist es so zu acten? So richtig so auf... Ja, ich acte ja schon die letzten neun Jahre, indem ich so tue, als würde ich mit meiner Familie Spaß haben. Oh Gott, oh Gott. Guten Morgen! Guten Morgen! Nochmal! Schnitt! Guten Morgen! Guten Morgen! Na? Das ist ja ganz rote Bäckchen. Ja, ist auch echt kalt. Was ziemlich cool ist, dadurch, dass wir Wien das gerade haben, ist auch alles hier an Wasser zugesprochen. Alter, die sind Mäuse. Du bist meine Sucht, mein größtes Problem. Dennoch hast du was, wonach ich mich so sehr sehne. Sobald es fehlt, suche ich die Zufahrt bei dir. Und so mit kreuzen sich unsere Wege. Ich umgehe die Schwere, doch der Preis dafür ist innerliche Leere. Und ich verstehe nicht, warum ich mich so sehr nach dir sehne.